Wir haben zunächst einmal eine Kapitalanlage gesucht, um Wohnraum zu vermieten und hatten das große Glück dann dieses Haus zu finden, in dem schon mehrere Mietverträge mit der Stadt Oberhausen bestanden. Darüber haben wir uns erst mal gefreut, konnten aber erst mal nichts damit anfangen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Und diese Dreieckskonstellation Vermieter, Integrationskompetenzzentrum und Servicebetrieb Oberhausen ist eine total gute, funktionierende Sache, um halt auch zu sagen, ich bin gerne Vermieter für die Stadt Oberhausen. Ich war in Tunesien Sängerin, alles arabische Musik gemacht und ich bin hier gekommen, habe ich am Anfang meine Arbeit nicht gefunden, alle Sängerinnen, weil das ist schwer hier arabisch zu singen und die Leute schwer zu verstehen. Und dann habe ich hier bei Kitev die Chance bekommen, zu singen. Ich finde wirklich das Kitev Team für uns immer da war. Ich möchte Bepflegerdienstassistenten machen oder wie gesagt Ambulanz. Und ich wollte gerne, also ehrlich gesagt, Ausbildung von Schreinern machen. Aber... Ich bin hier bei Kitev für mich und Familie. Ich habe keine Familie und ich wohne allein in Deutschland. Erstmal komme ich ins Oberhausen, ich kann niemals Englisch oder Deutsch reden. Und dann komme ich bei Kitev, langsam langsam machen kontakt hierin. Langsam langsam machen kontakt hierin. Bis zum nächsten Mal.